Hallo liebe Community, hier ist mal wieder euer Chris und heute muss ich mich mal bei euch bedanken. Wie ihr wusstet oder wisst, mein Computer hat ein bisschen Probleme gehabt, ich habe alles mögliche ausprobiert, ich habe es nicht rausgefunden, wo das Problem lag. Und dann habe ich mal einen Händler angeschrieben und habe gesagt, lieber Händler, wäre es möglich, dass ich mal ein bisschen Hardware von dir bekomme, also die ich natürlich kaufe, bezahle und dann testen kann, was bei mir kaputt ist und alles, was nicht kaputt ist, würde ich dann wieder zurückschicken. Und der Händler meinte, pass auf Chrissy, können wir machen, sofern die Sachen, die du dann nicht mehr brauchst, in einem absolut perfekten Zustand wieder bei mir ankommen, ohne Fingerabdrücke, ohne Dreck, ohne aufgerissene Verpackung, alles super sauber und ordentlich, sodass man es wieder verkaufen kann als neu, dann nehme ich das zurück und du kriegst dein Geld wieder. Und damit konnte ich ausprobieren, was das Problem ist. Ich habe das Mailmark getauscht, das war es nicht, das war übrigens eine Force, weil ich habe eine Wasserkühlung. Ich habe den RAM getauscht, ich habe die Grafikarte getauscht, ich habe alles getauscht, es hat nicht funktioniert. Bis ich dann dieses kleine Monster hier eingebaut habe, meinen neuen Prozessor. Und zwar in dem Fall ist das ein Ryzen 7 5800 X3D. ARM 4 habe ich auf der Maschine ja hier noch, deswegen musste das ein ARM 4 Prozessor sein. Und der hat funktioniert. Das heißt, der Rechner fährt jetzt wieder hoch ohne Probleme, hat Power ohne Ende. Und das ist für mich etwas, was total seltsam ist, denn mein alter Prozessor, wenn das System hochfuhr, hat der auch ganz normal gearbeitet. Also der hat keine Probleme gehabt, ich konnte zocken stundenlang, aber er ist halt nicht hochgefahren. Das war halt das Thema. Ich denke mal, da wird irgendwas mit irgendwelchen internen Sachen kaputt sein in der CPU, dass das Mainboard die CPU nicht richtig initialisieren konnte oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, meine CPU war kaputt. Also sie ist ja nicht kaputt, sie funktioniert noch. Ja, also, aber man muss halt 25 mal Reset drücken, bis sie dann irgendwann hochfährt. So, also CPU eingebaut, die restlichen Sachen wieder zurückgeschickt zum Händler und mein Geld wiederbekommen und natürlich nur den Prozessor bezahlt. Alles super geil. Muss ich natürlich das Video als Werbung kennzeichnen, weil ich natürlich ein Produkt gezeigt habe. Ja, bis dahin. So, und jetzt kommt das Thema Community. Ich möchte mich bei euch nochmal ganz, ganz dolle bedanken. Ihr wart wahnsinnig verrückt. Ihr seid ja Generation E-Mail, das hatten wir ja schon festgestellt. Und ihr habt mir E-Mails geschickt. Ich habe 150 E-Mails bekommen, also 142 oder so. Ja, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Mein Telefon hat nicht mehr stillgestanden. Ja, das hat die ganze Zeit gebimmelt. Ich denke, was denn nun? Dann habe ich mir im Hotel letzte Woche, vorher beim Kunden habe ich euch erzählt, ja, im Hotel die Zeit genommen, habe die E-Mails alle beantwortet und da waren auch ein paar sehr krasse Angebote dabei. Also ich möchte mich nochmal sehr, sehr doll bei euch bedanken für diese Angebote. Ihr habt mir Hardware angeboten, ganze Systeme mit Mainboard, CPU, Grafikkarte. Leute, 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 Leute. Also ich weiß, dass ihr verrückt seid. Seit der Spendeaktion weiß ich ja, dass ihr verrückt seid, ja, aber ihr könnt mir nicht eine 2000 Euro Grafikkarte schenken. Also da fühle ich mich nicht gut dabei. Ich finde das total irre, dass ihr das machen würdet. Ja, also das ist etwas, wo ich sagen würde, oh, das ist ja, als würde man sich einen Arm abschneiden, ja. Das ist ja schon eine Menge Geld. Deswegen danke, dass ihr das machen würdet, aber ihr wisst, dass ich das nicht annehmen kann. Und ihr wisst, dass ich es auch nicht angenommen habe. Denn, ja, ich möchte das ganze Videoprojekt hier bei YouTube so nicht betreiben, ja. Ich möchte alles, was ich hier mache, selbst bezahlen und keine Werbung machen, beziehungsweise keine bezahlte Werbung machen und ich möchte natürlich auch keine Werbung schalten bei YouTube. Aber ich, YouTube schaltet Werbung, ich kann das nicht kontrollieren, ja. Also ein bisschen Werbung wäre dann in meinem Video schon. Ja, also das dazu. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen netten Worte und auch für die Beileidsbekundungen. Also viele haben auch geschrieben, oh, tut mir leid, Chrissy, dass dein Computer kaputt ist. Wenn ich dir helfen könnte, würde ich dir helfen. Ich möchte bitte weiter Stationiers bei dir gucken, das ist ja schade. Und wann kommen die nächsten Videos und ist das ein Problem und läuft dein Rechner schon wieder. Deswegen mache ich jetzt mal einen Cut und sage, Jungs, keine E-Mails mehr schreiben. Und Mädels natürlich, keine E-Mails mehr schreiben. Mein Computer ist wieder in Ordnung. Es ist alles okay. Ich habe den Fehler gefunden. CPU war kaputt. Ich habe sie tauscht und bezahlt. Und alles andere brauchen wir nicht machen. Ja, so, also, ihr müsst mir keine Angebote mehr machen. Es ist alles gut. Vielen lieben Dank für die netten Angebote. Und nochmal speziell, und da werde ich jetzt, ich werde sonst keine Namen nennen, aber ich sage jetzt mal, Carsten, also wenn du mir nochmal so eine E-Mail schickst, ja, und das meine ich positiv, dann flippe ich aus. Weil, Carsten hat nämlich gesagt, Chrissy, wenn ich deine Adresse rausfinde, dann kriegst du morgen ein Paket. Der wollte mir wirklich eine 2.000 Euro Grafikkarte schicken, ein 600 Euro Mainboard, ein 550 Euro CPU und 250 Euro RAM für mir schicken. Das könnt ihr ja selber mal zusammenrechnen. Na gut, dass Carsten meine Adresse nicht hat. Vielen Dank, Carsten, dass du es nicht ausgefunden hast. Bitte, Leute, nein, spendet das Geld, gebt es euren Kindern, kauft euch selbst was davon. Ich weiß, dass ihr das gerne machen wollt, ich weiß, dass ihr mich gerne entlohnen wollt für das, was ihr hier so seht. Und das ist so diese übliche Praxis bei YouTube, aber, oh, da ist mir eiskalten Rücken runtergelaufen. Das ist eine tolle Aktion, eine wirklich tolle Aktion, aber ich kann es nicht annehmen, es tut mir leid. Das kann ich nicht machen, ich würde mich nicht gut dabei fühlen. Ja, das würde das nicht auslösen in mir, was du damit bezwecken möchtest. Also bitte, ja, danke. Aber, nein, danke. So, jetzt habe ich das auch noch gesagt. Ich habe mir extra einen Zettel gemacht. Rechts neben mir ist ein kleiner Note, da steht Kasten drauf, Ausrufezeichen. Dass ich das nicht vergesse. Huh, so, jetzt hat Chrissy hier sechs Minuten gequasselt bezüglich seines Computers. Es läuft wieder alles, es kann also weitergehen mit Stationiers und Co. Und, ja, ich denke mal, wie gesagt, Tau City geht jetzt noch weiter und ich habe schon ein neues Let's Play vorbereitet auf einem weiteren Modplaneten, der vielleicht ein bisschen interessanter wird. Unter anderem, weil ich dann wieder als Mensch spiele und wir dann auch essen und trinken müssen. Und da habt ihr euch ja darüber beschwert, ihr Roboter ist viel zu einfach und lalala. Wir werden es sehen. Ja, also da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Da ich jetzt wieder beim Kunden bin, muss ich immer mal ein bisschen im Voraus aufnehmen, ganz leicht, nur vielleicht so ein paar Tage. Also macht euch da bitte nicht kaputt dann. Wir spielen jetzt auch wieder Normal-Modus. Beta ist so broken aktuell, dass ich gar nicht mehr spielen kann in Beta. Und Beta wird wahrscheinlich bald wieder ein internes Passwort bekommen, weil, ja, sehr viel Support-Aufwand war, weil die Leute sich ihre ganzen Saves zerschossen haben in Beta. Und Beta ist nichts, was man produktiv spielen sollte oder sein normales Save-Game, wo man sich seine fette Basis aufbaut. Ich mache meine LPs in Beta, weil ich euch immer den neuesten Stand zeigen wollte. Aber da müssen wir jetzt mit aufhören, denn die Beta ist so broken, dass ich einfach nicht mehr spielen kann. Das heißt, ich habe jetzt auf Normali wechselt, habe aber die Spielstände noch. Aber leider ist mir da ein kleiner Fauxpas passiert bei meinem Tau-City-Spielstand. Das heißt, das, was wir jetzt noch in der Pipeline haben für Tau-City, ich glaube bis 30, 32 oder so, können wir noch gucken. Danach wird es vorbei sein. Ja, das tut mir leid, kann ich euch jetzt auch schon sagen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen laufen lassen und dann euch das später sagen. Aber es ist ja eigentlich auch gemein, das erst später zu sagen. Aber Tau-City wird nicht über Folge 30, 32 irgendwie genau funktionieren, weil ich habe mein Save-Game gelöscht. Ja, beim Hin- und Herspielen und Ausprobieren habe ich leider mein Backup überschrieben. Und damit ist das Save-Game zerstört. Ja, ich habe es halt mit anderen Daten überschrieben. Und ja, ich mache Backups von meinen Saves, aber das, ja, hatte ich dann nicht nochmal ihr Backup. Nicht ein hundertmal. Sei es drum. Also, passen wir zusammen. Computer geht wieder. Vielen lieben Dank für alles da draußen. Ja, Community, Händler, Carsten und wie sie alle heißen. Ich könnte jetzt noch fünf Namen sagen, aber die Kollegen haben darum gebeten, nicht namentlich innen zu werden. Es geht weiter hier auf dem Kanal, ja. Wenn ihr Probleme, Sorgen, Nöte, Ängste habt, kommt in Discord, ihr könnt mich da jederzeit anschreiben. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, ich möchte Daumen sehen, ich möchte Abos sehen und ich möchte Kommentare sehen. Das ist natürlich klar. Also, voll frei. Macht's gut, tschüss. Ja, krass. Zocken. Juhu. Juhu. Juhu.